Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in New World. New World, die neue Map, die ich im Moment drauf habe. Ah, die Meeresluft. Es ruckelt wie Sau. Aber ey, das ist die alte Grafikkarte eben. Ähm, ja. Es hat sich wieder mal einiges geändert. Ich habe meine Map ein bisschen ausgebaut. Allerdings nicht mit hunderte Fans, sondern mit einem Ding. Mit dem Editor selber. Und wir haben ein Hühnchen bekommen. Guck mal, schau. Altes Fischerdorf. Ein Pferd. Das steht so jedes Mal hier. Ähm, ja. Meine Wachssoldaten. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, genau. Dann haben wir hier Wache von Weißlauf. Hier drüben haben wir das neue Dorf übrigens mit der Schmied. Das ist der Jod Silberstein Schmied. Ihr braucht etwas. Und er kann sogar jetzt verkaufen. Werft einen Blick drauf. Ja, wenn ich was zum Verkaufen hätte, würde ich ja gerne was verkaufen. Aber leider. Stahlbolzen. Ach, die habe ich dem Ding abgenommen. Ähm, den Banditen da um die Ecke. Äh, was haben wir denn sonst noch eigentlich? Haben wir nichts, ne? Das ist sehr schön. Den Zauberbrecher habe ich immer noch dabei. Äh, ja. Äh, Wasseratmung und Wasseratmung. Braue ich nicht. Habe ich so ein Ding auf der Stirn? Milchkrog oder Äpfel? Ja, ich muss ein paar Testeinkäufe machen. Um, äh, um zu gucken, ob alles auch funktioniert. Aber ansonsten ist eigentlich alles normal. So. Mhm, bis zum nächsten Mal. Die Herren haben natürlich nicht genug Geld dabei, ist klar. Das ist normal. Er ist am Kochen, der Fischer. Der Fischer, das ist der Sohn von dem anderen Fischer. Hier drüben haben wir noch ein paar Kühe stehen. Muuuuh. Kann ich leider nichts mit machen. Ich kann weder Kühe noch Hühner an, äh, naja, wurschtig. Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Aber lass die Häuser hier bitte stehen. Ja, ich lasse. Es ist natürlich sehr schön, wenn man hier ein Feriendomenzil hat. Kommen wir nun nach drüben, ähm, auf die andere Seite von der Stadt. Hier können wir den Ofen benutzen. Und hier haben wir Frau Holle. Frau Holle verkauft, natürlich. Wie soll es aber anders sein? Alles, was, äh, nicht nid- und nagelfest und bei, äh, drei auf Bäumen ist. Und, ähm, ja, wie man sieht, verkauft sie sehr viel. Sie hat, äh, Salz hat sie dabei. Cool. Das war es auch schon. Normalerweise hat sie noch Butter, Mehl, äh, Milch hat sie noch. Milchkug. Im Moment nicht. Danke. Dann haben wir natürlich noch, wie soll es sagen, einen Fischersfritz. Leider, leider verkauft er nichts. Aber wir können ihn beklauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr braucht, ja, 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 ja. Naja, manche Leute wollen eben nicht. Man muss sie zu ihrem Glück zwingen. Teilweise. So, dann haben wir natürlich auch den Silberbeerhammer gesetzt. Die ganzen Häuser habe ich, äh, die Türen gesetzt. Nur die Türen. Was braucht ihr? Was machst denn du hier? Er denkt nach. Angestrengt und angespannt. Farmhaus aktivieren. Wir könnten jetzt Leute einziehen lassen. Die säuft sich einen an. Aktiviere Farmhaus. Aktiviere Farmhaus. Genau. Richtig. Ja, also das war schon mal das Erste. Das war also unser altes Fischerdorf. Natürlich. Kommen wir nun. Wohin wollen wir eigentlich? Gehen wir zum alten Holzfäller nachher. Da war ich nämlich noch gar nicht. Das müssen wir mal checken. Wie es da ausschaut jetzt. Ob es da auch so schön ausschaut. Natürlich, wenn es dunkel ist, wäre es mir am liebsten. Weil dann sieht man auch das Licht, das ich gesetzt habe. Dieses wunderbare Licht. Oder auch nicht. Äh, ja, doch. Sieht gut aus. Kann ich das eigentlich? Ich bin, äh, eine feste Fackel. Ja, gut, okay. Ah, eine Biene. Sabine, Sabine. Und hier ist noch eine Biene. Naja, das soll uns im Moment nicht stören, die Sabine hier. Äh, die alte Brücke, die Pferdestation, der dunkle Wald. Habe ich natürlich wieder mal das richtige Icon erwischt, ne? Die Waldhütten-Schmiede habe ich jetzt auch umbenannt. Statt verlassener Waldhütte habe ich jetzt Waldhütten-Schmiede draus gemacht. Ist ja auch eine Schmiede eigentlich, wenn man es genau nimmt. Nicht wahr? Warum großartig geizen? Wenn man kein Feuer verheizen kann. Warum trägt er eigentlich keine Schuhe? Ich habe extra mit Tito nachgeguckt, ob er Schuhe trägt. Ja, er trägt Schuhe. Komischerweise trägt er im Spiel keine Schuhe. Ich weiß ja, hast du die verkauft? Oder was ist los? So, der funktioniert auch. Ja, hat mich einige Mühen und Schweiß gekostet, das hinzukriegen. Äh... 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 Was ist los? Wer ist gestorben? Ach, guck mal einen an. Talmur-Lutscher. Du kannst dich nicht bewegen, du steckst den Boden fest. Oder wie sehe ich das? Gnade! 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 Wie dir! Die Talmur! Die Talmur rutschen gerade mit dem Bauch nach unten. Auf den Bauch. Das ist doch eine alte Schabracke, oder? Auf jeden Fall hat sie eine Glatze. Warum hat die eine Glatze? Mal blöd gefragt. Eine Sie mit Glatze. Es ist eine Sie. Sag mal, warum hat die eigentlich eine Glatze? Ist das ein Nazi? Und was macht die hier? Dass sie sich jetzt ihre Diesel von unten anguckt hat, weiß ich selber. Bin ja nicht, äh, hier. Aber trotzdem. Das ist doch nicht normal. Jetzt sollte die eigentlich gar nicht respawnen. Naja, egal. So, damit man natürlich auch seinen Huskal mitnehmen kann. Auf diese wunderbare Insel. Was es ja eigentlich ist. Es ist eine Insel. Habe ich auch natürlich was gebastelt. Was war denn das jetzt gerade? Na ehrlich, da guckst du, hm? Da kann ich den besteigen. Komischerweise, von oben kann ich reinspringen. Aber ich kann nicht durch ihn durchlaufen. Das geht nicht, aber durchspringen kann ich. Komischerweise. Na, ist ja auch egal. Mal eine Frage, was machst du eigentlich hier? Hast du keinen Schitz von mir? Nur mal so blöd gefragt. Was magst du jetzt, wenn ich dich töten würde? Was magst du jetzt, wenn ich dich töten würde? Ja. Mal zuschlagen? Nee. Habe ich keinen Bock drauf. Gabelung zur Waldhütten-Schmiede. Ja. Das ist korrekt. Da oben läuft mein Pferd. Was haben wir denn noch gehabt? Ach ja, genau, richtig. Da war ja noch was. Der Rotwald war ja selbstverständlich. Wir hatten ja noch was gemacht. Ich habe ja noch was gesagt, was ich machen wollte. Wer stört? Ach so, ist das Pferd. Da, guck mal. Eine Stadt. Laufen wir erst mal Richtung Weg. Hot. So, und dann laufen wir Richtung Rotwald-Siedlung. Das ist also Rotwald-Siedlung. Okay. Das ist also Rotwald-Siedlung. Ah. Rotwald-Siedlung. Richtig. Hier haben wir zum Beispiel Sibylle von Rohrkrampf. Ihr braucht etwas? Bleh. Ja. Ja. Was braucht ihr? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ihr braucht etwas. Normalerweise geht sie, aber... Jetzt geht sie nicht. Auch hier habe ich wieder die Türen gesetzt. Farmhäuser. Warum die Stiefel hier nicht rumlaufen, sondern rumstehen, das werde ich nicht verstehen. Aber... Egal. Muss ich vielleicht doch noch ein bisschen üben, was das angeht. Ja. Hier können wir Essen machen, wir können schlafen, wir können plündern. Was? Nein? Kann man nicht? Haben wir schon geplündert? Okay. Gut. Habe ich schon geplündert? Ach ja, stimmt ja. Habe ich schon geplündert. Macht ja nichts. Karte aufrufen. Wo machen wir denn noch? Den Holz... Nein, den Leuchtturm habe ich jetzt gemacht. Nochmal. Ja. Die Banditen... Das Banditenlager habe ich, glaube ich, die Markierung gesetzt. Die Piratenmaid. Die Meeresküste haben wir da drüben. Hier haben wir noch was Schönes. Neue Weltpassage ist neu dazugekommen. Gehen wir mal zum Japanhaus. Gehen wir mal zum Japanhaus. Und... Ja. Dürfte eigentlich noch... Ist es eigentlich dunkel jetzt? Oder immer noch... Schon wieder hell. Oh, 10.09 Uhr am Morgen. Ich würde mal sagen, wir warten... 10 Stunden? Sollen wir 9 Stunden warten? So. Mittlerweile ist es... Dunkel kann man dazu jetzt nicht sagen. Naja. Egal. Guck mal. Guck mal, da läuft ein Wölfchen. Na, 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 na. Wer wird denn gleich... ...mit dem Kopf durch die Wand oder gegen das Schwert gehen? Du böser Wolf, du böser Wolf, du böser Wolf, du hast die Jannis gestohlen. Verschluck dich bloß noch dran. Na, du Pferd. Hast du gedacht, hä? Mit mir kann man es machen. Mit einem kleinen Mädchen kann man es machen. Nee, nee. Freunde danach. Das geht mal gar nicht. Das geht mal überhaupt nicht. Was sind das denn? Stein, Felsen. Nichts Interessantes. Steck mal ein, die Möhre. Ja, danach wollen wir ja noch was machen, ne? Was wollen wir danach machen? Ich habe keine Ahnung. Wir wollten ja im Dachgebuch mal nachgucken, was wir noch machen könnten. Und, äh, ja. Dann sehen wir weiter, was wir machen könnten. Aber erstmal müssen wir nach Himmelsrand zurück. Und, äh... Vorher muss ich noch zu meiner Truhe, zu meiner persönlichen, nach Hause. Muss ich immer das Schild und, äh, diese komische Axt wegtun. Die ich noch im Inventar habe. Oder ich nehme sie mit. Also entweder ich nehme sie mit oder ich lasse sie da. Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich gucke mal, da ist die Tür. Ich gucke mal, was macht denn das Tür? Doch, doch. Es gibt ein Tür in Himmelsrand, das ist ungenutzt. Das steht da einfach so rum. Servus, die Herren. Also gut. Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Was immer ihr benötigt, Drachenblut. Teilt es mir einfach mit. Und wenn du das hier in die Tür stein als auch, dann ist es wieder ein Schild. Und ich bin eigentlich, da ist es ein Schild.